Ja, hallo zusammen, jetzt willkommen zum Finale. Es steht 1-1 zwischen uns. Die beiden Siegerlecks treten jetzt nochmal ein Best-of-3 gegeneinander an. Und, ja, ich bin gespannt. Mal schauen, wenn der bessere 6 jetzt direkt, ne? Ja. Ach, warum mach ich mir eigentlich lebensvolles Thema vorher? 6. Oh, gar nicht gut. Oh, oh, oh. Und? Und? Ah, 8. Ah, da möchte ich anfangen. Klar. Oh, da ist schon die Rebs drin. Ja, ich halte wieder so eine crappy Gehand. Ja, bin dabei. Muss nur das Bels nachziehen, will ich machen. Aber da haben wir mal einen Walten. Go. Go. Ja, komm schon. Und so gebe ich heute um. Go. Oh, nicht so. Und go. Ich halte mal meine Pudelspäts auch an. Go. Und noch ein Gehör. Und go. Go. Was für ein spannender Stadion. Und eine Ebene. Und da bringen wir mal Priestalli. Ja. Und go. Go. Komm schon. Komm schon, Deck. Komm schon, Deck. Ich habe den... Oh, und jetzt... Jetzt siehst du auch die Rebels an dem Deck. Das war. Das habe ich schon gesehen. Irgendwie. Mittendrin. Keine Ahnung. Nicht im Spiel. Nicht im Spiel. Machen wir mal eins. Und go. So, das ist jetzt hart. 1-1 Dash-Zart-Sport. So, jetzt spielen wir mal Sumpf. Was hat das bedeutet? Ich hab fucking 7 Mana. Monstrous! Mit 3 Länder-Gen. 3 Länder-Gen, ja. Ich nehm weiß, schwarz, schwarz, grün. Ich hab ja auch hier das, zumindest 2 miteinander. Ich nehm weiß, schwarz und rot. Ähm... Go! Naaah! Komm schon, Deck! Go! Komm schon, komm schon! Lass mich nicht eng. Ja! Komm schon, komm schon, komm schon! Sch... Dann machen wir erstmal Pre-Combat, machen wir mal ein Instant auf mein Zwelloir. Schon zu schwarz? Ja! Okay. Weißt du was? Das machen wir für drei. Time to feed. Ja, dann machen wir mal ein Combat. Ja! Nein! Ja! Ich hab so was geiles auf der Hand, das glaubst du nicht. Ja, ne? Boah, ich muss, ich will mal scrylen kurz. Warte. Ja, kriegst drei Leben, ne? Kriegst drei Leben und dann kleiner geht's. Was ist das, ey, Alter! Und dann scrymen wir mal. Und, oh, bleib mal oben. Ja, und dann geh ich mal eben vorbei mit, sagen wir mal da, acht. Ja. Und go! Wie ist das kacke? Äh. Ja, ja, genau. Genau. Ja, scheiße aufkommen. Pfff, du bist schwerer. Wieso hab ich das Gefühl, dass das eine ganz böse Karte ist? Ey, die wär so gut gewesen bei dem Feed the Pack oder was? Nochmal, bitte. Das gibt's nicht, ey. Ja, genau. Komm schon. Und go. Noch ne blau... Okay. Du sagst, das ist 1-0 für mich. Hab ich auch Inseln hier drin? Ja. Ach, Mann, ey. Ja. Äh, ja. Ja, ich topdeck ein bisschen. Ich heute auch. Ja, aber ich topste immer wieder, ich weiß. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Ach, das war ja das, denk ich. Go. Das ist zum Teil Mobbing, ey, hier. 1. Ja. Go. Go. 19 rum und die Klop läuft. 18. 18. Ich glaub gleich doch was. Go. Go. Mann, 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 komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Drei. Eine Bluter hier. Von dem Bein. Und du kriegst noch einen. Ero, 16. Und go. Handkarten? 5. Dann zeig mir mal zwei, ich darf einen abwerfen lassen. Welches Land möchtest du? Bord. Kein Zug. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Mit Gorgo. Und ins Gesicht. Nein. Und go. Zu stark. Kein Handeln, dieser Gorken. Gar nicht Handeln, kann ich nie. Go. Ach so. Na, 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 na. Kein Doktor Rotz. Kein Doktor Rotz. Aber du kommst nicht hin. Alter. Hey. Nö. Ähm. Ähm. Nö. Nehme ich hier noch. Nö. Nehme ich hier noch. Nö. Nö. Ja, ich soll es langsam laut erwähnen. Nein, näher langsam. Ja, passt schon. Erstmal für 3. Stand to beat. Und ich hab wieder keinen Mana für den Swansong. Pressen sich zu gegenseitig. Beziehungsweise, deine geht. Mann, ey. Dann kriegen wir nochmal 3. Den Swansong hatte ich auch letztes Mal auf der Hand. Ähm, dann muss ich auch noch scryen. Dix, kack. Wow, vielleicht rum. Äh. Ja. Komm mal vorbei. Dann bist du. Ja, ein bisschen spät, ne? Ja. Haben wir 7. Dann machen wir mal eine Monstrie. Ja, dann zerstört euch die See und... Geht der plus 2 plus 2? Was? Scry? Ja, ist gute Karte. Sehr gut. Ja, ich würd sagen, du brauchst. Ja, auf jeden Fall. Ja, das war unsere Booster Battle Trilogie. Und ja, ich hoffe, ihr habt jetzt Spaß bei den kleinen Videos. Danke nochmal an Christian fürs Mitmachen. Ja. Oder fürs Bereitstellen aller Sachen. Und, äh, ab sofort hasse ich Swansong. Weil, äh, ich nie ein blaues Mann hatte. Schade. Ja, hoffe, ihr habt Spaß da dran. Und, äh, vielleicht probiert ihr es ja auch mal aus. Hab's schon ausprobiert. Und wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst. Ciao. Ciao. Ciao.